Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Brawl Bro heute an meiner Seite. Und heute gibt es ein richtig krasses Video, Leute. Es ist heute echt mal was ganz anderes. Nämlich pro Kill muss ich einen Kleidungsstück ausziehen in diesem Video. Oh mein Gott. Also, ich bestimme heute alles. Also, ich habe mich hier schon bewaffnet, wie ihr sehen könnt. Cindy hat sich so viele Sachen angezogen, Alter. Aber Leute, keine Sorge, ich werde so viele Kills machen. Wir werden heute bis zum Limit gehen. Wir werden gucken, wie weit Brawl Bro gehen wird. Äh, Brawl Girl gehen wird. Aber auch du, ob du die Kills zulässt. Wir gucken, ob sie gleich nackt hier ist. Ja, nein. Wir switchen rüber, Leute. Let's go. So, also. Es geht los. Wir werden auf jeden Fall in Solo-Showdown spielen. Das ist die Mapfreunde Blickwinkel. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst. Und die Frage ist jetzt nur, wir sind natürlich auf Brawl Girls Account. Und mit welchem Brawler spiele ich jetzt, damit ich am meisten Kills mache? Ich glaube, ich spiele... Rutsch doch einen von unten. Achso, nee, dann ist ja noch leichter. Äh, ja. Ja, damit es nicht so einfach ist, werde ich einfach eine Shelly nehmen. Oder? Ja, doch. Ich nehme Shelly für die erste Runde. Shelly mal gucken, wie viel ich reißen kann. Mach keine Minderstrahl. Das sowieso nicht. Ich werde es komplett ausrasten, Leute. Ihr werdet es sehen. Es gibt alle für dieses Video. Das habt ihr euch so oft gewünscht. Ein Daumen nach oben, Leute. Let's go. Mir ist schon richtig warm. Ihr habt keine Ahnung. Sie hat sich so viele Jacken und Hoodies und angezogen, sie ist absolut bereit. Aber glaubt mir, Leute, das wird nicht reichen. Was? Das wird nicht reichen. So, hier sind wir jetzt auch schon auf der Webseite. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr euch ab dem 16.03. um 18 Uhr anmelden. Hier gibt es auch direkt das Anmeldeformular auf der Seite. Gespielt wird im klassischen K.O. Und wenn ihr euch ein Premium-Lootpack-Paket sichert, könnt ihr eine von acht goldenen White Cards gewinnen. Das heißt, ihr kommt dann in ein YouTuber-Team. Das Turnier wird übrigens auch vom 20. bis 21.03. auf dem YouTube-Kanal von Lootboy gestreamt. Und man kann, wenn man den Stream schaut, die letzten zwei Turnierplätze gewinnen. So, ich habe jetzt gerade mir zehn Premium-Lootpacks geholt bei der App Lootboy. Und wenn ihr das getan habt, euch zehn Stück geholt habt, geht ihr auf Inventar und dann seht ihr da schon. Ihr bekommt ein Premium-Bonus-Lootpack. Und das garantiert einfach Broisters-Jams. Und ich würde sagen, wir klicken da jetzt einfach mal drauf. So, ich bin gespannt, wie viel ich bekomme. Oh mein Gott. Ich habe jetzt 30 Jams bekommen. Mega gut. Mit dem Code Broisters1337 schenkt uns Lootboy 10 Diamanten und 2000 Lootcoins. Den Code gebt ihr dann ganz einfach bei euch in den Einstellungen ein und fertig ist es. Allerdings, wenn ihr iOS-Nutzer seid, müsst ihr das alles über die Webseite machen. Ist aber auch unten verlinkt. Und jetzt geht's weiter zum Video. Oh mein Gott. Ey, die Kids werden mir gerade schon geklaut in der Runde hier. Das ist sehr gut. Das ist nicht gut. Das ist sehr gut. Wir haben nicht mehr ausgemacht, wie viele Runden die Zeit hast. Oh, 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 oh mein Gott, bitte. Erster Kill. Oh mein Gott, warte, noch ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit. Komm, nein. Oh mein Gott. Egal, ich werde nicht mehr ankommen. Er war ja um direkt schon. Ey, Digga, mach doch jetzt nicht diesen. Eigentlich habe ich schon gehofft, weil ich will meine Handschuhe ausziehen. Oh mein Gott. Komm schon. Da denkst du, was will der? Egal, ich habe meine Ultifass aufgeladen. Wir werden noch, ich werde noch drei Kills in der Runde machen, sollte ich. Drei Kills noch. Welches Staffel habe ich eigentlich? Das habe ich gar nicht geguckt. Okay, ich habe die andere. Toll. Ey, Digga, wo sind denn alle? Hier unten. Wo campen die? Hier, siebener Leon. Oh mein Gott, stimmt, dass der mit Energydrinks. Und haben wir den? Nein. Tja. Hallo. Was ist denn für dich? Oh mein Gott. Wie schlecht ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, hat keiner gesehen. Alter. Nein, 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 nein. Ich werde das noch mal machen. Jetzt reicht es mir komplett. Jetzt nehme ich einen. Bitte mach einen Kill wenigstens. Oder zwei, damit ich die Jacke und die Handkanschel ausziehen kann. Jetzt ist mir alles egal. Ich werde jetzt leichte Bräuler nehmen, mit denen du wenig gesehen hast. Jetzt, Leute, geht es richtig. Aber übrigens, sagen wir, du hast fünf Runden Zeit. Fünf Runden? Okay. Fünf Runden, Alter. Ich sehe gleich nackt. Nackt. Leise. Du bist hier gleich nackt. Leise, wenn ihr wollt, dass wir die gleiche Challenge auch andersrum machen. Ja. Ich spüre, ich habe drauf Lust. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das mal umgekehrt machen soll. Okay, warte. Okay, warte. Konzentration. Warte, wer ist hier, 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 wer Piper. Komm her, kleine Piper. Komm, das wird der erste sein. Und. Let's go. Erster Kill. Warte, ich mache direkt den zweiten jetzt. Ich werde jetzt direkt den zweiten machen. Links war sogar noch eine Kiste. Schill mal, machen wir halt nicht so schnell. Doch, Alter, ich werde komplett jetzt auslassen. Schill mal. Let's go. Hier ist der zweite Kill. Zweiter Kill. Jacke wird ausgezogen, Freunde. Guck mal, ich hole mir jetzt sogar noch den Porthyp. Ich mache jetzt auf richtig Tryhard-Modus. Ehrlich, ich bin kaum in meine Jacke reingekommen. So viel habe ich an. Sehr saftes Schmachtes. Let's go. Wir machen jetzt die Taktik. Wollen wir die Gegner suchen, oder? Ach komm, wir suchen die jetzt. Hier, komm mal, Leute. Da ist schon die nächste, Alter. Und die nächste, nächstes Leidungsstück. Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, wir machen doch nicht fünf Runden. Oh mein Gott. Es reicht, du darfst keinen Leichen mehr nehmen. Sonst bin ich wirklich gleich nackt in der nächsten Runde. Und den nächsten haben wir auch direkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Let's go. Let's go. Und, boah. Wie viele Kiste ich schon gemacht? Vier Stück, ne? Drei? Vier? Oh mein Gott. Okay, warte. Einen schaffe ich noch. Einen werde ich noch schaffen. Der Hoodie ist jetzt schon ab, Alter. Okay, hier ist der Barley. Warte. Und komm. Und ich auch. Noch eins? Noch eins? Ja, noch eins. Okay. Oh mein Gott, Leute. Wofür Scheiß mache ich hier eigentlich mit, Leute? Und ich soll jetzt noch drei Runden haben? Das mache ich hier eigentlich. Oh mein Gott. Jetzt war das mal real. Okay. Was? Du hast noch? Du hast noch einen Pullover? Du hast fünf an. Wie lässt du an? Weil die so schön drin sind. Okay, warte. Ich nehme jetzt wieder, ich nehme jetzt dein Schwierigstes. Ich nehme jetzt Barley, also dein höchster Roller. Machen wir jetzt mal so. So, jetzt bin ich schon wesentlich leichter angezogen. Oh mein Gott, ich habe einen Kill gemacht. Es ist nicht Kinderfreundlich. Ich habe einen Kill gemacht. Ja. Dann wird es halt nicht genau. Ich habe einen Kill. Ich habe einen Kill. Hallo. Nein, das war nicht deiner. Das war meiner. Nein. Doch. Das ist die da oben gerade. Guck, ob ich sie machen will. Das da oben war gerade nicht deiner. Ihr habt gesehen, das war meiner. Es ist egal, Leute. Ich mache jetzt ruhig noch einen. Oh mein Gott, ich habe einen Energy Drink mit einem Strohhalm trinkst. Was? Was? Das ist ein Strohhalm. Ich komme nicht bis links. Die B ist halt übel zum Sandal. Übel. Und sie ist weg. Aber er hat sie, er hat sie die Kill geholt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat mich geholt. Digga. Okay, egal. Kein Problem. Kein Problem. Vielleicht keine Minustrophäen mache. Das tut mir schon. Ihr wisst Bescheid. So. Okay, warte mal. Wenn ihr übrigens bis hierhin schon geschaut habt, schreibt mal in die Kommentare. Hashtag... Was sollen die sagen? Wenn sie bis hierhin schon das Video geschaut haben. Hashtag... Hashtag Ehre. Hashtag Ehre. Und Leute. Nachdem ihr euch dieses Video aufgebildet habt später, also am Ende, guckt auch mein Video an. Dennis hat ein mega Video. Aber erst nach dem. Erst nach dem hier. Erst nach diesem Video. Wir gucken noch, wie sich das alles hat. So sprichst du mir nach? Wie sich das hier alles entwickelt. Bist du Papagei oder was? Ja, ich bin ein kleiner Papagei heute. Sie hat alles gerade noch mal geredet, oder? Ich habe alles einfach noch mal geredet. Guck mal, jetzt will die mich ablenken. Ich glaube, lass das dann ein bisschen. Ja. Nein. Dann haben wir jetzt Kisten. Und dann bin ich... Oh mein Gott, wir springen. Ja, genau. Ich habe mich Angst vor springen. Okay, warte, 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 warte. Komm her. Leon Bro, komm her. Das ist meiner. Jawoll. Da habe ich noch einen Kill. Was passiert jetzt? Oh. Oho. Was passiert jetzt? Ich fühle mich nicht mehr wohl. Hier. Okay, warte, 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 warte. Was warte? Du brauchst euch warten. Das ist Energy Drink. Und... Zwei Energy Drinks. Huch. Huch. Auf einmal ist es nur das Shirt. Das war dein letzte Hoodie. Okay, es geht los, Leute. Jetzt wird es ernst. Oh mein Gott, noch einen Kill gemacht. Noch einen? Noch einen Kill. Socken. 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 Gehen Socken drauf. Okay, Socken sind weg. Warte, Anja, ist einer drin. Vielleicht ist einer drin. Wir nehmen uns doch auch direkt. Und wir laufen hoch. Dann gehen wir rein. Hast du jetzt mal auf zu killen? Kannst du das bitte sein lassen? Lass doch den anderen auch eine Chance. Dann gehen wir rein. Okay, warte, warte. Ich muss vorsichtig sein. Das ist ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ein ganz bisschen auf jeden Fall. Die Frage ist, okay, das sind die letzten drei. Den von den sollen wir holen? Ist das auch die letzte Runde? Nein, danach ist noch eine Runde. Und da haben wir den nächsten Kill. Was soll ich denn jetzt ausziehen? Ja, da haben wir den nächsten Kill. Du hast dir noch ein paar Sachen an neben mir hier. Ja, noch ungefähr... 1, 2, 3, 4 Sachen. Bis ich nackt bin. Sieh die Hose aus! Geht's ehrlich? Sieh die Hose aus. Leute, das werdet ihr jetzt ja noch nicht sehen können. Und wenn ja, wird's rausgeschnitten. Oh mein Gott, okay, warte. Jetzt ist der Mord. Jetzt ist der Mord. Ich bin raus. Ich bin raus, Freunde. Aha. Oh, aha. Ey, was ist ein Scheiß, ne? Okay. Was für Hose. Hose ist auch aus, Freunde. Langsam, aber sicher. Ey Leute, da muss ich wieder ein Like geben. Oh Mann, Digga. Ich mach das nur für euch, Leute. Hier ist meine Hose. Aber, ich hab jetzt noch eine Runde. Hier. Noch eine Runde. Ein Bein gezeigt. Das heißt, welchen Browser soll ich jetzt nehmen? Ich nehme, ich glaub noch mal so. Ich glaub, ich nehm noch mal so. Oder ich nehm Shelly. Oh mein Gott, du hast noch eine Kiste geöffnet. Die große? Eine Big Box. Eine Big Box? Ich hatte nur eine, glaub ich. Nein, du hattest zwei. Was? Okay. So. Letzte Runde. Let's go. Ich schwöre, ich mach sonst noch unsere Hose. Das sieht ja auch keiner aus. Das sieht ja auch keiner aus. Das sieht aber auch keiner aus. Ja, ich kann ja doch jetzt nicht mal ein Bär ausziehen. Uh, okay. So, zack, zack, zack. Piste haben wir. Schatz, jetzt... Beruhig dich mal, okay? Warte. Krieg dich mal ein. Okay. Jetzt wird mir kalt. Vorher war mir zu warm. Jetzt wird mir zu kalt. Meine Beine frieren. Warte. Und, 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 und. Was für und? Lass ihn. Er wurde geholt. Okay, warte. Energy drink. Nein. Energy drink. Energy drink. Okay, warte. Siehst du das? Zack, zack. Ich bin jetzt nicht. Aber sollst du nicht. Lass ihn. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte Ulti aufspannen. Ich hatte so Glück. Ich hatte so Glück. Ich hatte so Glück. Ich hatte so Glück. Ich habe nur noch das Oberteil. BH und... Ich hatte doch einer zu drink. Ja, trotzdem hab's so. Weingeschissen. Das sieht jetzt mega extra aus. Ich schwöre, ich wollte das... Nein, man hat gesehen. Ihr habt euch gegenseitig versprochen. Ich wollte das... Ich wollte das Spray Girl eigentlich jetzt hier in BH. Was sieht denn BH ausziehen? Da müsste ich ja so sitzen. Ja. Hä? Ey, komplett unnötig. Ich schwöre, das kommt jetzt richtig auch extra. Oh Mann, Digga. Ich schwöre auf alles. Ihr habt's gesehen. Ich hatte Energydrink. Ey, Nita stirbt nicht. Nita stirbt nicht. Ich wollte Ulti ehrlich aufspannen. Ich wollte nicht Ulti für sie jetzt benutzen. Ich würde sagen, das war's jetzt damit mit dem Video. Ich darf mich wieder anziehen. Wenn ihr wollt gleiche Challenge noch andersrum. Schreibt's in die Kommentare. Lasst uns auch noch oben da. Checkt jetzt mein Video ab, Leute. Link in der Beschreibung. Aber wir haben Röger auf jeden Fall ohne Hose hier sitzen. Also, let's go, Leute. Ich würde sagen, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.